hallo und willkommen zu let's play win commander private wir stehen kurz davor die zenturion zu kaufen aber vorher heißt es noch ein paar aufträge zu erledigen ein kleines finanzielles polster anzulegen und mal schauen was uns so erwartet navigations punkt 8 easy money piraten haben navigations punkt 1 9 kommen auch vorbei patrol retro oder die fanbase helen da wollen wir nicht hin die hat keine mercenaries gilt 22 gegner zwei piraten und er hat mich schon ordentlich erwischt was machst du so das hat mich ziemlich viel raketen gekostet hoffen wir das nicht überall piraten auftauchen ja acht stück schaden haben wir auch kassiert hoffen wir einfach mal auf ein bisschen unterstützung das sieht doch mal nicht schlecht aus wir kriegen schon die maximal geschwindigkeit nicht mehr ganz hin aber da gibt es auch feinde dann helfen wir doch der miliz mal die piraten zu vernichten das war's mit unserer energie noch nicht ganz mein freund das war's mit der blöden jetzt hoffen wir dass sich unsere schilder davon schnell erholen irgendwie habe ich mir das ein bisschen einfacher vorgestellt so 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 ja militär nicht also ein militär nicht allzu viel verursacht meine schilder sind fast komplett kaputt und dann noch drei navigations punkte formen von retros ich glaube jetzt sind wir allein gegen zwei verbleibende retro einen retro so und wir haben noch vier raketen kriegen gerade noch die normale maximal geschwindigkeit hin allerdings mit unterstützung des after burners und haben noch zwei navigations punkte vor uns ein nahezu unmögliches unterfangen würde ich mal sagen ich habe aber noch ein na das war knapp jetzt ist die frage überleben wir den letzten navigations punkt auch noch knappe kiste schilde geben nicht mehr als so viel her die waffen auch nicht und raketen haben wir keine mehr hunter man darf einmal ein bisschen glück haben in der hoffnung dass die nicht feindlich gesinnt sind dann müssten wir es nur noch sicher zurück zur basis schaffen aber ich glaube wenn die uns angreifen würden dann würde unser system uns bereits warnen dass wir anvisiert wurden von raketen daher mehr glück als verstand und bis jetzt sieht es auch noch gut aus das war eine knappe kiste ich hätte nicht gedacht dass wir da lebend raus kommen manchmal zahlt sich beharrlichkeit dann doch aus mal sehen was von unserem lohn jetzt noch übrig bleibt kaputt gegangen ist ja glücklicherweise nichts nur beschädigt 261.000 er hat es schreit noch nach einem weiteren auftrag und dann winkt uns die zenturien achilles da befinden wir uns müssen wir sowieso verteidigen machen war hektar nein machen wir nicht jetzt verteidigen wir erstmal diese basis und dann werden wir wahrscheinlich nach diesem auftrag so basis verteidigt aber viele raketen aufgebraucht ein bisschen beschädigt worden ja trotzdem ein plus geschäft wir haben 8000 credits dafür bekommen und werden danach unser unseren patrouillen flug absorbieren absolvieren nicht absorbieren so nein wir speichern nicht so bisschen unterstützung der ist näher noch einer nein das war nur noch eine verirrte rakete fünf stück haben wir aufgebraucht das darf nicht so weitergehen sonst wird es eng das sieht doch mal nicht so schlecht aus damit kann ich leben leben und überleben nur militär miliz wenn man sich einmal was angewendet hat immer schwierig wieder los zu werden ja nach diesem rundflug so können wir ihn weiterhin überleben wenn wir im cockpit der zenturion sitzen das sieht auch nicht schlecht aus denn viel zu reparieren haben wir nicht eigentlich gar nichts wir haben nichts abbekommen ein kleiner rundflug durch system ok da haben wir der ist näher denn den machen wir als erstes nein 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 nicht mit mir so jetzt haben wir noch ein bisschen schaden kassiert aber wir haben alle feinde erledigt haben noch elf raketen übrig zurück zur basis miliz und händler ein bisschen was zu reparieren jetzt ist die frage machen wir die 20.000 beziehungsweise ja die 23.000 noch voll und gehen dann erst mit 300.000 an den kauf der zenturion rechnen wir mal hoch der laser kostet 1000 das schild generator 2 kostet 30.000 engine upgrade die wird mit 30.000 auch dabei sein auch darüber mit 1000 raketenwerfer mit 10.000 ja wir nehmen noch einen auftrag an ein bisschen zu wenig geld das ist auch relativ wenig geld aber den nehmen wir an und dann schauen wir was der hier noch so her gibt nichts dann machen wir jetzt den selben trick wie vorhin und holen uns navigationspunkt aufträge nichts dabei hier haben wir es doch 9000 piraten damit kommen wir klar mal falsches system das sieht doch noch geld verdienen aus das problem ist jetzt müssen wir diese aufträge erfüllen denn wir haben speicherstände bei denen wir die aufträge haben und ja die kriegen wir nicht wieder los wir können aufträge nicht mehr ablehnen wenn wir sie einmal angenommen haben wieder You're about to suck void, buddy. No, no, no. You're being attacked in the air. Ist da noch ein Feind? Ja, klar. Aber das wird wieder so eine knappe Kiste. Ich spare jetzt mit Absicht Raketen, weil ich weiß, die werde ich noch brauchen. Aber ich befürchte fast, ich werde diesen Piraten nicht platt kriegen ohne Raketen. Der will auch gar nicht. Wir haben noch Maximalgeschwindigkeit. Jetzt hat er den armen armen Händler erwischt. Jetzt habe ich doch noch eine Rakete. Und jetzt sind meine Waffen so gut wie kaputt. Den Auftrag kann ich theoretisch gleich vergessen. Viel zu viel kaputt. Am besten lasse ich mich gleich in die Luft sprengen. Meine vordere Panzerung ist komplett hinüber. Ja, die Waffen haben ordentlich was eingesteckt. Ja, so sieht's aus. Jetzt versuchen wir einfach mal zu fliehen. Kein leichter Job. Aber hinten haben wir wenigstens noch Panzerung. Vorne wird das Schiff nur noch von den Schilden zusammengehalten. Und wir sind den Piraten entkommen. Das war ja klar. Und mein System funktioniert schon gar nicht mehr richtig. Ich kann ihn gar nicht mehr richtig fixieren. Den haben wir doch nur mit Raketen erledigt. Ich kann ihn nicht fixieren. Und bevor ich ihn nicht fixiert habe, nützen meine Raketen gar nichts. Jetzt haben wir ihn fixiert. Zwei Raketen und er ist erledigt. Na, das war kein leichtes Unterfangen. Zwei Navigationspunkte noch. Wir haben noch acht Raketen. Haben wir noch mal so viel Glück wie letztes Mal? Schwer zu sagen. Ich kann die Feinde nicht mehr ausmachen. Das ist ein Retro und die sind ziemlich aggressiv. Ja. Das sind vermutlich, wenn ich es richtig gesehen habe, zwei. Einen davon haben wir schon mal erledigt. Alle erledigt. Dann haben wir noch sechs Raketen. Und wenn wir beim nächsten Navigationspunkt sind und die Feinde richtig fixieren können, dann haben wir noch eine kleine Chance lebend aus der ganzen Geschichte rauszukommen. Also wenn es beim letzten Mal schon knapp war. Das war dann das. Piraten. Okay. Das wird nicht einfach. Ja, wir haben ihn fixiert. Und erledigt. Jetzt ist die Frage, kriegen wir den auch noch? Jawohl. Jawohl. Und den da. Jetzt sind uns die Raketen ausgegangen. Jetzt ist die Frage, können wir dem entkommen? Oder knallt er uns einfach gnadenlos kurz vor unserem Ziel ab? Mal sehen, ob wir damit die Rakete abwehren können. Ach. Hoppen wir, dass das seine letzte Rakete war. Hoppen wir, dass das seine letzte Rakete war. Wir haben noch 100.000 Meter. Das sind 10 Kilometer. 9,9. Und das war's. Ja. Ah, das war knapp. Das bedeutet, noch einmal einen Patrouillenflug suchen. Denn wir dürfen das ganze jetzt nochmal machen. Wir haben bereits drei Missionen. Die müssen wir machen. Und ja, vielleicht verlässt uns diesmal das Glück nicht ganz so schnell. Der arme Händler muss mit den Piraten kämpfen. Uh, hoffentlich treffen wir nicht den Händler. Jetzt wurde ich anvisiert. Einer weniger. Noch einer. Maximal zwei Raketen für einen Piraten. Erledigt. Aber, ja, 14 Raketen noch. Ob das reicht? Oh, das sind wieder so viele. Und dem ist ja gut ausgewichen. Wir verwenden unsere Raketen, solange wir sie haben. Na, davon würde ich noch nicht ausgehen. So, wir sind diesmal noch besser dran als beim letzten Mal. Auch wenn mein Target System, ähm, mein Zielsystem ausgefallen ist beinahe. Wir haben noch Raketen. Wir haben noch Feuerkraft. Wir haben noch Schilde. Sehr gut. Keine Feinde. Oh, ja. Retro. Und ich kann ihn nicht gleich fixieren. Ach, da ist er ja schon. Ach, da ist er ja schon. Der fliegt mir wieder meinen Raketen davon. Und dann werde ich den anderen zuerst erledigen. weitergehen. Jep. Habe ich keine Raketen mehr. Ich hab zu viele Raketen verbraucht. Jep. und den krieg ich nicht platt wieder ein pech wir haben noch einen navigations punkt vor uns nach diesem und er haut immer wieder nur ab aber wenigstens fliegt er uns noch mal aber wieder an jetzt holen wir uns den navigations punkt da war noch ein treffer kann man tatsächlich gleich oder hält er noch eine weile durch meine waffen halten halt auch niemals so lange durch aber aufgeben du nicht so jetzt ist die frage überleben wir es dieses mal nein sieht nicht so aus wobei wir noch maximal geschwindigkeit haben wir könnten ein bisschen durch tricksen versuchen der ganzen geschichte zu entkommen aber wir werden schon von raketen verfolgt der navigations punkt ist ziemlich weit weg sind näher dran als letztes mal aber er schießt uns auch schon wieder in den rücken die schilder sind nahezu zerstört und so sind wir es kurz vorm ziel so läuft das manchmal ja damit muss ich diese folge leider nicht im cockpit der zenturion beenden und hoffen wir dass es beim nächsten mal klappt bis dahin wir sehen uns